Der Cost-Average-Effekt, der ist uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Beim Thema Sparplan zum Beispiel. Heute rücken wir diesen Effekt mal in den Mittelpunkt. Ich verrate euch kurz und knapp, was sich dahinter verbirgt und wie er funktioniert. Willkommen bei Einfach Börse. Cost-Average-Effekt bedeutet übersetzt so viel wie Durchschnittskosteneffekt. Und dieser verändert die Rendite. Mit der Zeit ergibt sich durch monatliche Sparpläne ein Kostenvorteil gegenüber einer Einmalanlage. Denn der Clou ist, dass bei einem Sparplan regelmäßig Anteile von Wertpapieren mit hohen Schwankungen gekauft werden. Also von Fonds, ETFs oder Aktien. Bei fallenden Kursen an der Börse erhalten die Anleger und Anlegerinnen mehr Anteile. Bei steigenden Kursen eine geringere Anzahl an Papieren. Somit werden die Anteile zu einem Durchschnittspreis erworben. Und dieser liegt zwar über dem günstigsten Preis der Betrachtungsperiode, aber eben auch unter dem teuersten Preis. Somit profitiert der Anleger sogar von der Volatilität, also den Schwankungen, und muss weniger auf den günstigsten Einstiegszeitpunkt achten. Und wie wir alle wissen, erwischt man den besten Zeitpunkt zum Einstieg ohnehin nie. Die Idee hinter dem Cost-Average-Effekt ist es, dass der durchschnittlich gezahlte Preis pro Wertpapieranteil niedriger ist als bei einer Einmalinvestition. Und somit fährt man als Anleger einen Renditebonus ein. Bei einer Einmalanlage werden die Aktien hingegen zum aktuellen Tagespreis gekauft. Und hier hat man dann keine Vorteile, wenn der Kurs fällt oder stark schwankt. Der Anleger ist von der zukünftigen Entwicklung der Aktienkurse deutlich abhängiger. Berechnen lässt sich der Cost-Average-Effekt wie folgt. Investitionssumme geteilt durch Summe der Anteile ist gleich Durchschnittspreis je Anteil. Schauen wir uns ein ganz konkretes Beispiel an. Nehmen wir an, ein Anleger kauft über einen ETF-Sparplan jeden Monat Anteile im Wert von 50 Euro. Hier sehen wir die Anteile, die er in den jeweiligen Monaten für seine 50 Euro erhält. Im Januar erhält er beispielsweise 0,67 ETF-Anteile. Im Juni erhält er einen ETF-Anteil. Im Dezember 0,71 Anteile. Auf Sicht des gesamten Jahres hat er also 10,22 Anteile durch den Sparplan erhalten. Insgesamt investiert hat er 600 Euro. Somit hat jeder ETF-Anteil 58,71 Euro gekostet. Ende Dezember steht somit ein Kursgewinn von 115,40 Euro zu Buche. Hätte der Anleger hingegen im Januar dieses besagten Jahres eine Einmalanlage getätigt, säße er Ende Dezember auf einem Kursverlust von 40 Euro. Es gibt allerdings auch einen möglichen Nachteil des Cost-Average-Effekts. Wenn die Kurse des gewählten ETFs nicht schwanken, sondern kontinuierlich fallen, verliert der Effekt seine Wirkung und man macht nur eine geringe oder gar keine Rendite. Falls ihr nun auf den Geschmack gekommen seid und den Cost-Average-Effekt für euch arbeiten lassen möchtet, stelle ich euch jetzt noch beispielhaft einen möglichen ETF vor. Einen ETF auf den S&P 500 und zwar den Invesco S&P 500 ETF mit der WKN A1C YW7. Dieser hat eine niedrige Kostenquote und auf Sicht der letzten fünf Jahre eine Rendite von 80 Prozent. Weitere ETF-Beispiele auf den S&P 500, aber auch auf den DAX, den Nasdaq, den MSCI World und mehr bekommt ihr in der März-Ausgabe von Einfachbörse. Dort erfahrt ihr auch noch mehr Fakten zum Thema Sparpläne. Und weitere Themen im Heft sind Kunstwerke als Geldanlage und die KI-Chat-GPT. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Video gerne wieder. Bis dahin, macht's gut.